Prost, geh? Prost! Ja, hallo, da bin ich wieder, euer Philipp Uritsch. Also, da haben wir ja schon ein paar Anrufe gemacht, jetzt machen wir mal was Schönes. Jetzt rufen wir mal in einem englischen Pub an und fragen mal ganz genau, was die da jetzt eigentlich momentan machen. Ob die irgendwie mehr Bier verkaufen, weil die Leute alle so traurig sind oder ob die total leer sind und da irgendwie diese komischen, kennt ihr ja aus dem Western, diese Staubballen da, Heuballen da langfliegen, weil das so leer ist und keiner da irgendwie Bier kaufen möchte, weil man kann ja keinen Fußball gucken, ne? müssen hier irgendwas anderes machen. Also, rufen wir jetzt mal an, gucken wir mal, ob wir jemanden erwischen. Ist jetzt gerade eh die Alkoholikerzeit da. Würde ich jetzt mal sagen, da ist immer Alkoholikerzeit im Pub, das kennt man ja. So, sind wir schon mal in England gelandet. Hallo, hi, Ivan ist speaking, wie kann ich dir helfen, bitte? Ja, hallo, mein Name ist Filip Ovitsch. Ich würde gerne mal gucken, dass ich Fußball sehen würde. Ja. Es gibt keine England spielen, oder? Nein, es gibt keine England spielen. Aber welchen Spiel willst du sehen? Warum ist es in England? Ich weiß nicht. Ich öffne die Journalisten. Ingo ist aus. Ingo ist aus. Ingo ist aus. Ingo ist aus. Ah, okay. Warum? Weil die Kroatien sie verletzen. Weil die Kroatien sie verletzen. Sind Sie aus Kroatien? Ja, ich bin. Ah, sehr gut. Also, wie fühlst du dich? Du leben in den USA? Ja. Ah, okay. Und du hast jetzt keine Freunde, oder? Ja, ich habe viele Freunde. Englisch und Kroatien. Englisch und Kroatien. Aber die Englisch und Kroatien sie nicht mehr haben, oder? Warum? Ja, weil du sie verletzt hast. Wir sind immer Freunde. Oh, wirklich? Ja. Ich dachte, in Fußball gibt es keine solche Dinge. Wenn du gewinnen, dann gewinnen. Und wenn du verlierst, dann verlierst du. Und dann hast du keine Freundschaft. Ja? Vielleicht, weil ich bin ein anderer Person aus Kroatien. Sie lieben mich. Du magst Fußball? Ja, wenn wir Kroatien spielen. Ja, wenn wir Kroatien spielen. Ja, natürlich. Und du denkst, Kroatien will win die Eurocup? Ich bin nicht sicher, aber ich würde gerne. Ja? Okay. Ja. Wer ist dein Lieblingsspieler? Ist es ein Britischer oder ein Kroatischer? Was meinst du? Der Lieblingsspieler? Der Lieblingsspieler, den du hast? Oh, das ist für Kroatien. Ja? Was ist sein Name? Er spielt nicht mehr. Er spielt schon immer. Es ist Schuka. Ah, er ist Schuka. Schuka ist Schuka. Ich mag ihn nicht. Er spielt gegen Deutschland. Er spielt sehr gut. Und wir haben gegen Kroatien gespielt. Er ist Schuka. Ich liebe ihn. Nein, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Er ist ein Asshole. Ja, was? Germany gegen England. Ja, das ist das, was ich wollte. Germany gegen Poland. In 14. 20. 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 Das war witzig, oder? Naja, die Alte, die wird's auch nicht irgendwie richtig hinkriegen, weil, sorry, Kroatien und Schuka, ja, Schuka-Lieblingsspieler, ich glaub, es geht los. Was der uns angetan hat, Schweinerei. Also, Deutschland, Euro, 2008, das ist unser Cup-Baby. Macht's gut, ciao. Ohne England, fuck you, 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 ohne England, fuck you. And I'll magn pitch, yeah, mum Komm, перв , blah, 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 blah. So, remember, now? So, whoa.